hallo und herzlich willkommen zur neuen folge von mycroft what's um ich habe schon eine weile nicht mehr aufgenommen wenn ihr das sieht kommen wir jetzt eine woche keine videos hat aber nicht geschafft zeitlich jetzt kann man wieder auf ich weiß nur nicht jetzt wann ihr das sieht weil ich auch noch papillon und sowas habe und galaxy läuft ja auch noch daher in der letzten folge die bei mir auch schon eine weile her ist wo ich euch mal gezeigt habe in den streams hier gebaut haben ist auch schon eine weile wieder her und ich habe noch ein paar mods hinzugefügt wie man da oben vielleicht sieht was ist so mit genau finden mod ist was ich ehrlich gesagt auch nicht ich habe einmal die himmels mod also akka oder wie die heißt installiert ich habe eine vorliegen meters installiert die ich hoffe die nichts von uns kaputt macht und ich habe noch eine mod installiert aber ich denke mal das ist eine die komische wesen spawnen lässt die uns natürlich gefährlich die wird ein bisschen unheimlich kommt jetzt mal so ein ton wenn es nacht wird bitte nicht dann schmalte ich die mod raus welcher ob man das ist und man kann ja mal gerade nachgucken welche mod das ist die advent ach gut ich versuche installiere ich an ich bin mir kacke moment find die mod grad nicht Nevermind Mod Ja, die führt eigentlich neue Sachen an zu Aber nicht in der Welt das neue Monster Neue Mops, warte Ah Oh mein Gott, oh Gott Was gibt's dann für Wicher Ne, aber die sehe ich jetzt nicht dabei Ups, so Machen wir mal wieder groß Wäre aber schon doof Wenn wir jetzt hier ein Problem Mit Mops kriegen Vor allem mit dem, ne Aber zum Glück Was wird in die Bohnen friedlich stellt Huh, was ist denn das Was ist für ne komische Mod Also Acker kann's nicht sein Und vor allem mit dem, was kann auch sein Das kann nur die eine sein Aber ich dachte, die schübt neue Dimensionen hinzu Und nicht solche Teile Hm Unsere Sachen wachsen hier Auf jeden Fall Und ich schwimme durchs Wasser Wo es Piranhas gibt Toll Okay Ich hab keine Ahnung Was das für ne Mod ist Aber die ist anscheinend sehr gefährlich Ah Schmeiß ich die wahrscheinlich wieder raus Ich glaub das wär was mit Matchen Und nicht neue komische Viecher Das sind da schon wieder Hier gespawnt Da sind die wieder Das ist doof Warte mal kurz Auf jeden Fall sind die Viecher da verschwunden Scheint die Magde gewesen zu sein Okay Okay Dann haben wir Wünsche da ein bisschen Ruhe Kann man Gut Gut Ich kann mal ein Schüsseln Aber ich dachte grad man könnte Mittlerweile craften oder so Weil ich würde schon gerne Das ist ein bisschen Ruhe Dann Ja Die haben wir schon Von Das Projekt Gesehen hat Minecraft Stargate Wann lustiges Projekt Komisches Okay Weiß auch gar nicht was ich jetzt in dieser Folge Jetzt hier genau vor Auf jeden Fall mal den Baum wegmachen Der stirbt Wie fanden da ist Genau Noch ein bisschen rumlaufen Vielleicht finden wir noch Irgendwas Aua Das ist auch ein sehr interessanter Wald Ich weiß nicht wer da Lust hat Die Bäume abzufüllen Ich weiß auch nicht Wann nur das passiert Mit diesen Meteors Meteoren Gut Gut Ich nehme mal ein Standard hier Gut Cool. Cool. Wow, ich hab die creatures mod drin, die eigentlich so viel neue Tieren zufügt. Wir sehen nur die Standardtiere. Meistens. Oder für viele von denen. Was ist denn jetzt mit Tannen? Okay, aber zu finden schauen wir wohl nichts. Ja, Wok Wok wäre jetzt schön. Aber für uns fehlt eine Enderperle. Oh Gott. Da war irgendwo ein Bär. Da. Da sitzt er. Kleine. Ich will da lieber nicht hin. Ja. Ja. Aber ich muss doch irgendwo auch mal ein Dorf sein. Schneebium. Oh Gott, diese riesen Bäume. Die bin ich gerade erschrocken. Aber ich glaube die waren lieb. Und es wird natürlich Nacht und ich hab kein Bett mit. Ja. 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 Na ja. Ja. Ah, hier ist so ein Portalding. Da will ich jetzt auch nicht ran. Oh, Lucky Block. Oh, nein. Cool. Komm, ich lege mich mit dem Element an. Wo ist der hin? Feigling. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Krass, die Abmanten. Krass, die Abmanten. Krass, die Abmanten. 25 Marke, 30 Gold und ein Coin. Was soll ich denn jetzt mit dem Coin? Mir wird hier noch was angezeigt. Achso, Items. So, gehen wir mal zurück. Ich bin ganz schön weit entfernt. Ich bin ganz schön weit entfernt. Warum wird mir auf der Insel was Brotes angezweigt? Ich bin ganz schön weit entfernt. 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 Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich würde sagen, bis dann und tschüss. Ich bin ganz schön weit entfernt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.